ARD Text im Auftrag von Funk Was zur fucking... Nein! 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 Wieso spannst du das? Ah! Serious! Nein! Du bist so eine... Oh! Nein! 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 Das mag, in diesem Kampf zett Punch Tag auf den Kirby Ich präsentiere Arbeitsmoral. So, kann es sein, dass du dich vielleicht vorlehnst während dem Spiel? Der? Ich? Drücke ich auf Aufnehmen. Okay, die Kamera läuft. Dann müssen wir jetzt den Ton ausschalten. Weil wir leider ohne Ton spielen müssen. Echt jetzt? Ja, aber sonst hat man den Ton auf diesem Mikrofon drauf. Ah! Gott, damit. Wo ist denn der Ops wieder? Get your ass out of my face. Nein. Indem du ganz nach oben schaust, also das ganz nach oben, ganz nach oben, dass du es nach oben hältst und dann X Angriff drücken. Wenn du drüber gehen und ducken. Oh Gott, dann muss man so weit drücken. Was wird gespielt? Nidhogg. Zwei Fechter in einem ewig währenden Kampf über drei Ebenen. Schwert gegen Schwert, Mann gegen Mann wird entschieden, wer passieren darf. Nur die Begabtesten dürfen das Antlitz des Nidhoggs betrachten. Wie wird gespielt? Unser hochkomplexes Turniersystem besagt, dass jeder drei Matches gegen jeden spielt. Für jedes gewonnene Match gibt es einen Punkt. Wer am Ende am meisten Punkte hat, hat Runde 1 gewonnen. Also Wilds haben wir gerade gespielt. Ich bin ja Kassel. Oh Gott. Da bin ich laut, okay. Nimm das, du dieser Basta, Jörg. Oh Gott. Nein! Wie scheiße, dass das da noch liegt. Oh. Haha. Nein! Du bist so, Alter. Ey, ich hasse dich. Was zu... Da! Wie du sofort ausrastest. Komm, wieso spaw ich denn da auch? Nicht so schnell. Glück, glück. Alles gilt. Aber wer... Nein! Wo ist mein Fett hin? Nein! Siri! Oh! Wie ich einfach das Schwert noch mit aufnehme. Scheiße. Na ja. So. Das gibt's nicht. Wieso spawnst du da, du scheißlacker? Mensch! Mensch! Was ist das denn da sein? Nein! Nein! Wie hast du? Was ist das denn? Wir sind hier bei RTL. Ich habe nie mal was gedrückt. Ich habe gerade weggeschaut. Oh. Nein! Scheiße! Es bleibt doch hier. Ich dachte, ein cooler Fight oder so. Was für ein Fight? Ich laufe jetzt einfach weiter. Na ja, wenn du zurückgegangen bist, dann dachte ich... Ja, ich wollte mein Schwert holen. Ja, da lagen zigtausend. Wie hattest du bereits zum Schwert? Wieso gewinnt oben gegen unten? Das ergibt nicht mal Sinn. Es ist immer andersrum. Hä? Weißt du das? Ja. Boah! Wieso kennst du meine Tricks? Weil ich die immer mache. Du vor Wut erst mal gegen die Dinge. Nein! Ach, scheiße. Das ist ärgerlich natürlich. Das darf doch nicht wahr sein! Aus der Position. Das kackt mich doch selber an. Pff. Huh. Huh. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich habe doch... Ich wollte... Aber ich... Wieso? Ich schaffe es immer. Nicht dieses scheiß Ding zu werfen. Das ist so zum Kotz. Was zur fucking... Hahahaha. Hahahaha. Nein? Yeah. Wie immer. Gewonnen. Yeah. Ich liebe das Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Du hattest sogar mehr Kills. Okay. So. Nächste Map. Vor allem, dass sie das sicherlich keine Lampen angeschaut haben. Schreibt die Punkte auf. Ja, einen... Einen... Hack. Haben wir einen Stift... Ich habe doch hier irgendwo so einen rosa Zettelpacken rumliegen gehabt. Wo ist denn der? Also hier sind Stifte. Ja, Stifte ist schon klar. Die habe ich schon gesehen. Ja, hinter dem Surface. Das ist alles. Wieso? Weil du es bist. Fuck. Jetzt. Seriously? Was war das überhaupt? Ähm, nein. Also, äh, stopp. Warte mal. WAAAHH! SONT! Hahahaha! 360 Quickscope! So nice. So nice. Hahahaha! Ihr es doch! Seriously? Es ist... Einfach nur... Ich hab's... Ich wollte es doch gar nicht werfen! Yaaaay! Yaaaay! WAPIC WIN! Hahahaha! Ahhhh... Schön. Das ging aber schnell! Das war mir jetzt zu lahm. Halt einfach deine Klappe, du mieser Bastard. Verchallenge mich als nächster. Du bist... So unverdient. So fucking unverdient. Und mir immer sagen, ich rage bei jedem Game. Aber das ist das Game, wo du richtig upragest. Ich hab halt einfach nur Scheiße. Ich war am Anfang... Du kannst das Game einfach nicht... Scheiße, dann spoil nicht wieder in einem blöden Messer da. Behindert das Scheißdreck. Ja, jetzt bleibe ich rumschritten. Ja, was ist denn jetzt? Weiter geht's. Gib mir das. Gib mir das. Geil. Hallo, guten Tag. Freut mich, an Ihnen zu sehen. Ja, dass wir jetzt sehr viel Spaß machen. Okay. Rissur sitzt auf mich. Auf geht's. Ab geht's. Dreifach gemacht. Schon los, diese... Er muss doch ernauzen. Sleek, Sleek, nicht Wartezeiten. Kein Loading Screen. Spawn Tramp. Spawn Tramp. Spawn Tramp. Spawn Tramp. Wie geht das nochmal? Man merkt, du bist nicht so ganz in der Schreiber. Das war keine Waffe. Das war keine Waffe. Aber egal. Das ist... Das ist... Fuck. Yo. Ah. Nein. Fuck. Das darf doch nicht wahr sein. Ah. Ah. Jetzt wird's schwer. Oh nein. Nein. Oh nein. Fuck. Fuck. Goddammit. Oh goddammit. Jetzt sind wieder alles. Komm. Du bist so viel schneller als ich. Ich hab was mein Schwert. Fuck. Nein. Goddammit, dieses Spiel. Ausgerechnet. Nein. Wie ein Fiss-Antrag. Ah. Nein. Dammit. Alter, ist das ganz spannend. Nein. Alter, du hast mich in den Abbrot geschleudert, du Space. Uh. 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 Ja. Nein. 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 Ja. Epic. Wee. Aber da finde ich, dass du das erste Mal jetzt beschleunst. Wenn du spielst, war gar nicht schlecht. Also besser als arbeitest, muss man sagen. Hahaha. Das ist eine verdammte Klappe. Ich hasse dich. Der Kameramann schweigt. Schön. Ich hatte dich. Okay. Okay. Ich wähle. Clown. Boah. Über den Wolken. Boah, hier sieht man ja gar nix. Also ich seh mich kaum. Wie macht man eigentlich diesen Assassination-Move hier? Du holst mich erstmal von den Beinen, in denen du nach unten gehst und dann angreifst, dann falle ich zu Boden und sobald du auf mir stehst, sozusagen, hast du mich halt schocken. Oh Gott. Assassination-Move. Das ist unsere Animation. Was? Durch die Wolken? Natürlich durch die Wolken. Die musst du durch sehen. Nein. Schmerz. Das war knapp. Was? Oh! Schnell! Schnell! Das darf doch nicht wahr sein. Oh! Final Screen! Ich könnte es schaffen! Nein! Nein! Oh Mann! Ey, es war okay. Seriously? Nein! The fuck? Komm, komm, komm. Nein! Ich war im Final Screen. Hallo? Nein! Fuck! Das gehört mich doch nur... Achso. Du bist... Unconscious, oder wat? Jo? Oh! Ich hab mich doch sogar noch geduckt. Oh! 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 Oh viel! Was? Gold... Ehhh! haben wir die Schlörungen dann sofort gewonnen. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Oooo, Epic Win! Los, geh weg! Es war ein Fühl! Kann ich jetzt nicht auf die faule Haut legen! So, dann kann ich ihn ja auch bieten, ne? Ich bin jetzt nicht ohne Problem. Okay, ähm, machen wir mal eins hin. Oh Gott, er ist nicht cool. Warum? Warum? Ich verstehe, dass ich einfach noch cooler bin als du. Was findest du für ein komischer Springer? Scheißhaufen, ganz ehrlich. Na, warum? Hä? Hä? Ich verstehe nicht. Ja. Was? Nein, nein, nein! Halt! Was? 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 Bla 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 bla. Wenn er jetzt noch gewinnt, ja, dann krieg ich die Kriegs. I don't understand this shit. This madness. Was? Was? Nein! Oh, naja, das ist... nein! Pfff! 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 Du나 came out? Pff! Pff! Auch ein Ehrensieg? Pff, das ist richtig gut! Pff, das ist passiert! Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ehrensieg. Nein! Das kann nicht dein fucking Ernst sein. Nein. Stress. Stress. Wow. Seriously, wie soll ich denn noch da hinten? Ey, diese Scheiß-Wurf-Köcke. Nein! Nein! Mein Ehrensieg. Meine Damen und Herren. Episch. Ich darf mir selbst einen Strich. Nein, du musst den Strich hinmalen. Ich zwinge dich dazu. Danke. Danke. Dann müssen wir jetzt noch ein drittes Match machen. Wieso? Nein. Weil wir zwei gleich viele Punkte haben. Ach ja. Hä? Er hat einen Punkt, ich habe einen Punkt. Hä, dann könnte ich ja viel mehr Punkte machen. Nee, aber dann geht es ja darum, du hast ja eh schon gewonnen. Es geht darum, wer zweiter und wer dritter ist. Wer dritter ist. Ach so, das ist alles? Ja. Das ist euer fucking Ernst? Ja. Oh Mann. Okay, das ist ja mehr als Leben, aber gut. Dann musst du jetzt die Map auswählen. Und wir machen Flüffler Flüger, die Map auswählen muss. Wir müssen die Map nehmen, die wir noch nicht gespielt haben. Ach so, oder so, ja. Ich glaube auch Klaus noch ein Ding wie. Das ist die Map auswählen. Ich glaube, ich bin ein Ding wie. Das ist die Map auswählen. Ach. Ach. Das ist der Camera angle. Wer bin ich denn? Ach, ich bin jetzt hier. Nein. Wieso hab ich's denn überhaupt geblieben? Oh 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 NEIN! GODDAMMIT! Ah, komm schon! Fuck! Wie ist das, du gelbe Hut halt noch? Nein, 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 nein Es ist übrigens sinnvoll, dann in die andere Richtung zu laufen, weil du nicht einholen wirst und beide gleich schnell sind Was? Hehehe NEIN! Abgepeilt, kann das nicht Ah fuck, ich bin da nicht durch dieses Loch gefallen Was? Ah fuck, warte, gibt das wieder her? Wo ist es? Nein, hier war doch noch eins Oh ja! Yes! Ein wahrer Mann wählt die Faust, ja So, wenigstens das Also ich hab mal einen Ehrensieger bekommen So Mord to come Jetzt hat der miese behinderte Der ist ja gar nicht im Bild Das ist ja gar nicht 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 In dem Neuen Untertitelung des ZDF, 2020